Sie brauchen eine Klavierbegleitung aus dem Bereich Klassik, Jazz, Pop oder Musical, zum Beispiel für einen Auftritt, eine Prüfung oder ein Casting? Sie suchen ein Playback von einem Pop- oder Musicalsong, haben aber keine Noten? Sie benötigen ein spezielles Playback in Bezug auf Ablauf, Tempo oder Tonart? Dann rufen Sie mich einfach an. Wir könnten dann alles direkt besprechen. Oder schicken Sie mir schon die Noten, am besten als PDF oder gegebenenfalls einen YouTube-Link zu dem Song oder einer Referenzaufnahme einfach per E-Mail an playback at hkh-piano.de und teilen Sie mir auch Ihre besonderen Wünsche in Bezug auf Ablauf, Tempo und Tonart mit. Ausführlichere Infos finden Sie auf meiner Webseite. Ablauf, Tempo und Tonart mit. Ausführlichere Infos verbrechen Sie auf